Abel, steh auf, damit es anders anfängt, zwischen uns allen. In dem Augenblick, das war sozusagen der entscheidende Moment, da habe ich gedacht, das ist es. Das war wie so eine Inspiration, wie so eine entzündende Idee. Dieses Werk ist ein beeindruckendes Werk, was mir unwahrscheinlich gefällt, weil es sehr vielfältig ist. Das Besondere an dem Projekt finde ich auch, dass es ja wirklich ein Unikat ist. Also das hat es noch nie gegeben und das ist geschaffen worden, genau auf diesen Ort und auf diesen Zeitpunkt hin. Das Thema Licht soll im Mittelpunkt stehen. Licht und natürlich dann auch die Finsternis. Und noch am selben Abend kam mir dann der Titel Lux in Tenebris, Licht in der Finsternis. Mein Kind ist tot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017